Was man unter dem Stabilitäts- und Wachstumsgesetz versteht und welche Folgen das für das Grundgesetz hat und wie die Legitimation staatlichen Handelns dadurch erfolgen kann, das erfahrt ihr heute bei Selbstorientiert. Hier seht ihr einmal eine Übersicht über alle Timestamps, die in dieser Folge wichtig sein werden. Falls ihr also ein spezifisches Thema lernen wollt, dann guckt da zuerst rein. Und bevor das Video jetzt startet, wollen wir euch nochmal kurz in eigener Sache auf etwas hinweisen. Und zwar haben wir einen Kurs für euch erstellt, der die Legitimation staatlichen Handelns in der Wirtschaftspolitik nochmal genauer erklärt und euch mit verschiedenen Videos, Texten, Aufgaben und auch Lösungen tatsächlich optimal vorbereitet, damit ihr im Abitur Bestnoten erreicht. Und falls ihr euch da selbst ein bisschen pushen wollt, dann könnt ihr jetzt den ersten Link in der Videobeschreibung auschecken. Da ist einmal alles rund um diesen Kurs verlinkt, auf unserer Website, aber natürlich auch auf Amazon. Gucken wir uns nun das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz an und die Auswirkungen des Grundgesetzes auf die staatliche Legitimation von Handlungen in der Wirtschaftspolitik. Dabei ist es so, dass das Stabilitätsgesetz bzw. das Wachstumsgesetz eine Organisation des Staates als Sozialstaat, Rechtsstaat, mit demokratischen Grundsätzen ermöglicht. Das heißt, nur so haben wir die Grundverankerungen im Grundgesetz, die überhaupt die Grundlagen bilden, um eine kontinuierliche Wirtschaftspolitik und Politik der Finanzen zu fördern und zu fordern. Dabei ist es so, dass das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz im Jahr 1967 empor kam und seitdem im Grundgesetz verankert ist und das Ziel einer Wohlstandsmaximierung setzt. Das heißt, hier haben wir grundsätzlich auch neoliberalistische Ansätze, die das Ziel einer kontinuierlichen Wohlstandssteigerung setzen und dabei aber gleichzeitig noch den Staat mit einbinden. Das Stabilitätsgesetz stellt das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht in den Vordergrund und ist vor dem Hintergrund der Überhitzung der Wirtschaft in 1966 entwickelt worden. Das heißt, wir haben ja bereits festgestellt, das Stabilitätsgesetz wurde 1967 festgesetzt und entsprechend auch entwickelt. Und dieses Stabilitätsgesetz basiert dabei auf einer Überhitzung der Wirtschaft im Jahr 1966, wo man dann entsprechend eine Reaktion in der Politik zeigen wollte, die dann aber auch erfolgte. Dabei legt das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz die Festlegung einer ablehnenden Haltung gegenüber strikter staatlicher Planung und der Orientierung an Grundrechten fest. Das heißt, hier ist es insbesondere wichtig hervorzuheben, dass man kommunistische Ansätze innerhalb des Staates komplett abwenden möchte, also strikte staatliche Planung verhindern möchte und den Wettbewerb stärker in den Vordergrund stellt. Das sind auch die Konzepte der sozialen Marktwirtschaft, die gleich nochmal hervorgehoben werden sollen. Deswegen ist ein zentraler Punkt, dass es hier so ist, dass eine ablehnende Haltung festgesetzt wird und gleichzeitig man sich an Grundrechten orientieren möchte. Das heißt, in diesem Fall ist natürlich insbesondere die Freiheit ein zentraler Punkt, der in den Grundrechten der einzelnen Menschen, aber entsprechend auch für Unternehmen sehr wichtig ist. Diese Grundrechte sollen hier so ausgelegt werden, dass die Marktfreiheit bestehen bleibt. Insbesondere zum Beispiel für das Individuum relevant ist hier die Berufsfreiheit. Man muss sich immer wieder vergegenwärtigen, dass das Grundgesetz überhaupt erst den Staat ermöglicht, in dem Markt zu interagieren und entsprechend auch, dass das Individuum nur im Staat interagieren kann und auch nur im Markt interagieren kann, weil es überhaupt diese Grundrechte hat, die zum Beispiel diese Freiheitsrechte ermöglichen, dass man sich beispielsweise einen Beruf frei aussuchen kann und nicht durch staatliche Planung geprägt ist. Der Einsatz von Fiskalpolitik soll entsprechend des Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes dabei am Keynesianismus orientiert werden. Also von John Maynard Keynes eine Wirtschaftspolitik, die wir ja bereits in anderen Videos erläutert haben. Mit antizyklischen Mitteln arbeitet diese ja. Das Ziel ist, mit antizyklischen Mitteln dann eine Einnahme- und Ausgabenpolitik zu ermöglichen, die den Staat natürlich langfristig zu Profiten führt und natürlich langfristig auch dazu führt, dass der Staat prosperiert, die Gesellschaft prosperiert, also mehr Wohlstand erlangt. Hier wieder das Ziel der Wohlstandsmaximierung, was wir im Stabilitäts- und Wachstumsgesetz ganz wichtig hervorheben wollen. Also, was ihr euch auf jeden Fall merken solltet, ist, dass Mittel der Einnahmen- und Ausgabenpolitik immer antizyklisch gefahren werden im Stabilitäts- und Wachstumsgesetz und dass man hier entsprechend das Ziel einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb hat. Der freie Wettbewerb soll ganz besonders hervorgehoben werden und es ist wichtig, dass der Staat eingreifen kann und nicht immer neutral handeln muss. Er soll entsprechend auch Interventionen ermöglichen, Subventionen ermöglichen, wenn das notwendig ist, um beispielsweise eine soziale Sicherheit zu gewährleisten oder aber auch, um eine Wohlstandsmaximierung vorzunehmen. Dabei ist es so, dass diese Ziele im magischen Viereck festgehalten wurden, was aus stetigem und angemessenem Wirtschaftswachstum besteht, von einem hohen Beschäftigungsgrad, stabilem Außenbeitrag und einer Preisniveaustabilität. Wir erläutern euch das aber auch nochmal in einem anderen Video und außerdem dadurch besteht, dass man die soziale Marktwirtschaft im Stabilitäts- und Wachstumsgesetz verankert. Fassen wir euch nun also nochmal die Grundlagen des Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes zusammen. Grundsätzlich ist dafür wichtig, dass bereits im Grundgesetz verankert ist, dass der Staat als Sozialstaat agiert, als Rechtsstaat agiert und mit demokratischen Grundsätzen im Hintergrund ständig interagiert. Wichtig ist dabei, dass das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz im Jahr 1967 nach der Überhitzung der Wirtschaft im Jahr 1966 festgelegt wurde und das Ziel einer Wohlstandsmaximierung setzt. Das heißt, wir haben hier einen neoliberalistischen Ansatz, wobei man insbesondere festlegt, dass eine ablehnende Haltung gegenüber strikter staatlicher Planung stattfinden soll und man sich an den Grundrechten orientiert, was beispielsweise für das Individuum bedeutet, dass man besonders die Berufsfreiheit hervorheben möchte. Dabei soll eine Fiskalpolitik eingesetzt werden, die antizyklisch handelt und die Mittel der Einnahmen- und Ausgabenpolitik ausschöpft. Dazu wurde entsprechend auch das Ziel einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb definiert, was letztendlich in dem Konzept der sozialen Marktwirtschaft geendet ist. Dafür haben wir verschiedene Ziele des magischen Vierecks, die als Grundlage für die Orientierung zwischen Stabilitäts- und Wachstumsgesetz dienen. Das heißt, hier geht es um stetiges und angemessenes Wirtschaftswachstum, einen hohen Beschäftigungsstand, stabilen Außenbetrag und auch einer Preisniveau-Stabilität. Und das war es jetzt auch schon wieder mit dem Video rund um die Legitimation staatlichen Handelns. Falls es euch gefallen hat, würden wir uns riesig freuen, wenn ihr einen Like da lasst. Gerne könnt ihr unseren Kanal auch kostenlos abonnieren und so keines der neuesten Videos mehr verpassen. Und ansonsten checkt auch gerne den ersten Link in der Videobeschreibung aus. Bisschen Werbung in eigener Sache, denn dort haben wir den Kurs für euch extra optimal fürs Abitur vorbereitet. Also, falls euch das interessiert, checkt es jetzt gerne aus und dann würde ich sagen, viel Spaß. Danke. Danke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.